Uh, was haben wir da bekommen? Ah, ein Amazon-Paket. Das schnippen wir gleich aus. Und schauen wir, was wir bekommen haben. Boah, Amazon, Alibaba oder JD.com. Boah. Mmh. Mmh. Ivy Leaf. Boah. White Star Ivy Leaf. Na, das ist eine tolle Sache. Sogar mit einem Gummibande. Oh, Luxusgummiband. Aufmachen. Boah. Na, wie geht das auf? Hier. Wupsi wups. Oi 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 oi. Gott sei Dank haben wir Füße. Da bin ich jetzt schon gespannt wie das ausschaut. Zwei, drei. Ui 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 ui. Hier geht das hier auf. Auf, 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 auf. Unserer Plastik. Eh voll. Hier geht die auf. Ui 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 ui. Ja, das sind ganz viele. Das müssen wir hier aufmachen. Und dann aufhängen. So, oder ne? Einmal auf. Und hier das Zweiter. Wir haben 17 Euro gekostet. Und jetzt schauen wir mal wie das ausschaut. Jetzt brauchen wir nur... Einmal auf den Plastik-Efeu. Immer dieser Plastik-Efeu. Jetzt zerklatzen. Guck mal. Ein Kampf. Kampf. Aha. So lang ist der. Zwei Meter. Hängen wir den da drüber. Oh, bis gleich noch unten. Tadaa.